Zehntausende Schweizer Unternehmen sind der Sicherheitskarte beigetreten. Sie bekennen sich damit zu sicheren und gesunden Arbeitsplätzen und wollen dieses Bekenntnis im Arbeitsalltag wirkungsvoll umsetzen. Diese Betriebe setzen gegen Aussen, aber auch innerhalb des Unternehmens ein wichtiges Zeichen für die Präventionskultur am Arbeitsplatz. An einem normalen Arbeitstag ereignen sich pro Stunde im Schnitt 120 Berufsunfälle. Jeden dritten Tag endet einer davon tödlich. Mit dem Beitritt zur Sicherheitskarte helfen sie mit, Leben zu retten. Wer beitritt, bekennt sich dazu, die Sicherheit aller an einer Arbeit beteiligten Personen zu verbessern. Sie zeigen damit, dass die Sicherheit und Gesundheit ihrer Mitarbeitenden oberste Priorität hat. Im Mittelpunkt der Sicherheitskarte stehen die lebenswichtigen Regeln. Diese zeigen, je nach Branche, die wichtigsten Gefahren auf, in welchen konsequent gilt Stopp bei Gefahr. Erst wenn die Gefahr behoben ist, darf weitergearbeitet werden. Die Sicherheitskarte ist eine Selbstdeklaration. Sie wurde von der SUWA in Zusammenarbeit mit Arbeitgeberverbänden, Planern und Gewerkschaften ins Leben gerufen. Ein Beitritt ist das öffentliche Bekenntnis von Unternehmen, diese lebenswichtigen Regeln im Betrieb konsequent durchzusetzen. Arbeitgebende, Arbeitnehmende und alle weiteren Beteiligten, insbesondere Planerinnen und Planer, haben das Recht und die Pflicht, die Arbeit zu unterbrechen, sobald eine lebenswichtige Regel nicht eingehalten wird. Die Charta ermächtigt alle, bei Gefahr auch tatsächlich Stopp sagen zu können. Wer der Charta beitritt, erklärt damit den Willen, die für den eigenen Betrieb passenden lebenswichtigen Regeln oder eigene Sicherheitsregeln konsequent einzuhalten. Für die SUWA ist klar, Arbeiten darf nicht lebensgefährlich sein. Mit dem Beitritt zur Sicherheitscharta und der konsequenten Umsetzung der lebenswichtigen Regeln kommen wir gemeinsam diesem Ziel einen Schritt näher. Übrigens, die Sicherheitscharta ist ein weiteres Präventionsinstrument, mit dem Sie auch Kosten sparen können. Befragte Unternehmen haben pro in die Prävention investiertem Franken einen Return von rund 2,2 Franken erzielt. Bekennen auch Sie sich für die Sicherheit Ihrer Mitarbeitenden und treten Sie der Sicherheitscharta bei. Alle Informationen zur Mitgliedschaft finden Sie online.